Das ist der Black Diamond Speed Zip 33. Speed Zip deshalb bei Black Diamond, weil Black Diamond sagt, man kann den Rucksack hervorragend aufziehen und auch beim Klettern zum Beispiel an den Inhalt drankommen. Also schnell drankommen, Speed Zip. Ja, was hat der Rucksack ansonsten? Der hat ein relativ gutes Tragesystem. Es ist zwar eine durchgehende Platte, die ist aber recht fest, dass man den Inhalt nicht durchspürt und weich. Die Hüftpolster haben für so einen Rucksack eine gute Breite, lassen sich auch abnehmen, was allerdings eine ziemliche Priemelei ist, weil man die Schnallen abmachen kann und die Durchlässe sehr, sehr eng sind. Das Abnehmen dürfte noch gehen, das Wiedermontieren ist aber wirklich kompliziert. Die Träger sind schön vorgeformt. Ein schönes Detail ist, dass die Seilhalterung hier hinten in diesem Ausgang für das Trinksystemschlauch versteckt ist und man auf der Gegenseite auch schön blau markiert den Stecker hat, um die Seilfixierung da wirklich auch sinnvoll und gut anzubringen. Eine ganz normale Deckeltasche gibt es, eine, ziemlich voluminisch, ziemlich groß, zwei Kompressionsriemen und auch Halterungen für zwei Pickel- oder Eisgeräte. Ansonsten ist der Black Diamond schön clean. Man kann hier vorne noch was anbringen. Die Riemen sind in der Deckeltasche dabei, zum Beispiel für eine Steigeisenhalterung. Vom Gewicht ist der Black Diamond im Test einer der schwersten Rucksäcke.